herzlich willkommen leute zu einem weiteren video hier wieder mal klasse 1 und ein paar sachen ich glaube wir nehmen uns auch als erstes mal hier die die pyro maus von pyro factory vor mal gucken wie die sind drei stück zu erreichen ok ich glaube das sollte so nicht bisschen kurz ok also da sitzt wohl dampf hinter ist ein bisschen kurz aber das ist echt dampf hinter schöne farben kann man weiterempfehlen vielen dank leute fürs zuschauen